Die Feinde gegeben und Tode gefoltert Gebrannt Magde verbrannt Harter Strafen Wache geschlafen Augen an Lux verfüttert Verbannt Oh ja Ich habe den letzten Test geschrien Die Schmiede verbrannt Weiber Hat sich gewalgert Zivilisten zu exekutieren Familie exekutiert Verbannt Hat sich gewalgert Den Namen zu entlandern Die Schmiede gefoltert Krass 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 Ach, hier ist Exit. Experte. Abgeschlossen. Tja. Experte bin ich leider noch nicht. Hochofen. Na, vielleicht könnte da jetzt so ein Endgegner sein, wer weiß. Bestimmt. Hilfe! Wenn er versucht abzuhauen. Ich wusste es. Du musst ziemlich stark sein, wenn du es hierher geschafft hast. Wer bist du denn überhaupt? Ich bin Slack. Und wir sind die Geschmiedeten. Und du? Du bist jemand mit Mum. Das gefällt mir. Siehst du, Jake, hier ist jemand, der meine Zeit wirklich wert sein könnte. Nicht wie du. Aber ich hab dir alles gebracht, was du wolltest. Dinge von deiner Familie zu stehlen, beweist nicht deine Stärke, Junge. Allerdings könntest du mit diesem wunderbaren Schwert, das du mir gebracht hast, noch eine letzte Chance erhalten. Töte den Gefangenen und zeig mir, dass du doch zu das Netze bist. Du hast gesagt, wir würden Überfälle außerhalb des Commonwealth durchführen. Die Leute sind keine Gefahr für uns. Zeig mir, dass du töten kannst. Entweder du oder er. Er hat ne Power-Röstung. Ich dachte, er hasst mich. Er hat dich geschickt, um mich zu finden. Ja. Er ist stur, aber er wollte, dass ich dich zurückbringe. Nein, ich sollte nie wieder nach Hause kommen. Du lügst. Du bist dunkel, Freak. Hab ich es getan. Oh Gott. Ich glaub, mir wird schlecht. Gut. Jetzt töte unseren Besucher. Bist du erlösen? Eifers. Ja, ist klar. Das ist doch scheiße, Leute. Ich hab's aber versucht. Man kann mir nicht nachweisen, dass ich's nicht versucht hab. Aber ich konnte ihn halt nicht überreden. Wahrscheinlich hätte ich noch weiterquatschen müssen. Es ist... Ich weiß gar nicht, ob ich das laden kann. Vielleicht schaffe ich's ja dann. Ja, es gibt ein Autosave. Ach. Wir versuchen, ihn einfach mal zu retten. Also, auf jeden Fall versuchen wir, den jetzt zu retten. Deswegen hab ich jetzt das gespeichert. Gucken wir's mal. Töte, du musst ziemlich stark sein, wenn du... Hm? Wer bist du denn überhaupt? Ich bin Slatt. Siehst du, Jake? Aber... Sie werden mich töten. Ich hab dir alles gebracht. Ich mach Dinge von deiner... Allerdings könntest du... Töte den Gefangenen und zeig mir, dass du doch... Du hast gesagt, wir würden über... Zeig mir, dass du töten. Oh Gott, was soll ich tun? Was ist mit deiner Familie? Bitte lass mich gehen. Wenn man weiter... Ich weiß nicht, ob ich jetzt ja klicken soll. Du musst dich entscheiden, Jake. Was wirst du tun? Papa hat recht. Ich will nicht zu den Geschmiedeten. Ich will nur nach Hause. Letzte Chance, Jake. Wenn du ihn nicht tötest, bevor ich bis drei bin. Es gibt keinen drei. Ich werde einfach danach greifen. Moment. Moment. Mit der Waffe geht's auf jeden Fall. Schießt ihn einfach in den fucking Kopf. Läuft. Ich werde nicht zulassen, dass ihr den Jungen hier mir verhunzt. Was gibt's für die Suppe? Strahl-Strahl-Gehör-Strand. So, uns irgendwas Schönes zu futtern. Die würde ich wahrscheinlich noch brauchen. ich mache ich mir das ganz ruhig wir kriegen es wenn es hat er jetzt den siedler ausgewählt ich verstehe es ich komme mit steuern klar so und dann zeigt dann nehmen wir aber das normale poli kampf auch nur nicht ich würde dir nicht wehtun dass das vorbei ist hast du ihn erwischt 50 würde ich nichts für bekommen baseball schläger das ist auch bullshitt ich dachte ich würde das sterben nämlich der dachschlüssel tor so das jammer fett und da ist er doch das ist das ist aber keine zusatzattribute leider leider keine zusatzattribute was hast du überhaupt an den typen gemacht ich wollte ich dachte wir werden überfälle außerhalb des kann man durchführen und ich könnte für meine familie sorgen ich weiß es nicht gott mein vater hat recht ich bin so ein idiot ich sollte wohl versuchen zu hause alles ins reine zu bringen hat so kein recht dich darum zu bitten wenn du mir beim erklären ist dürfte es mit meinem vater einfacher laufen wenn du in das schwert meines urgroßvaters bringt sich das für dich lohnen er versucht immer fährt zu sein ich warte an der überführung in der nähe der fahrer alles klar machen wir häufig ich helfe dir gern man der funkspuffer werde ich wahrscheinlich behalten so wie es aussieht denn den der funkspuffer ja die knatter hat sich mal wieder bewährt also hat sich wieder sehr gut bewährt zu schwer lohnt sich nicht zu schleppen radar listing sind einfach nicht zu bauen was ist das wieso ist das da da gab es ja ach so das ist der schlüssel für den dach also wahrscheinlich ich bin zu schwer und wo ist der dumme hund das aber es gibt kein hund der ist doch nicht in die lava gefallen oder ich weiß ich kann nicht rennen der mutter ist auch geschwunden das ist doof was ist das hier schauen wir zum mann das läuft das läuft schwache rekruten so jetzt das läuft das läuft das läuft ja . 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 nichts besonderes wird ja an der seite ich unterspringen aber jetzt ja eine menge wo ist der hund wieso ist der hund nicht hier mensch ja und du bist tot jetzt